So, ja, damit herzlich willkommen zum frischen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht's weiter mit dem strategischen Würfelstrategiebegriff und den Grundfragen. Ich habe bereits ein Video zu diesem Thema hochgeladen. Dieses wird allerdings durch dieses Video hier ersetzt, aufgrund der mangelnden Videoqualität. Also wundert euch dort nicht, die Inhalte im letzten Video, was schon vor zwei, drei Jahren aufgenommen wurde, sind immer noch korrekt. Allerdings, wenn ihr mal ein bisschen den Lautsprecher anstellt, merkt ihr so ein starkes Grundrauschen im Hintergrund. Und ich habe mir gedacht, okay, wählen wir heute noch mal so eine andere Erklärungsweise. Wenn ihr trotzdem das andere Video anschauen möchtet, das wird natürlich noch weiter zur Verfügung stehen. So, als erstes müssen wir den Strategiebegriff klären. Was ist eigentlich eine Strategie? Da habe ich mich einfach mal dem Einführungsmodul der Betriebswirtschaftslehre gewidmet bzw. bedient. Und dort herausgefunden, dass der Strategiebegriff ein tatsächliches und kurz-mittellangfristiges Handeln eine Unternehmung ist bezüglich eines erkennbaren, umfassenden und zeitlich stabilen Handlungsmusters und dem geplanten Handeln eines Plans. Ja, und diesen Plan stellen wir anhand von drei Grundfragen auf. Und zwar, wir differenzieren hier einmal den Ort von den Regeln vom Schwerpunkt. Also notieren wir erstmal die drei Bestandteile. Also erstmal eine Frage zum Ort, dann eine Frage zu den Regeln, dann eine Frage zum Schwerpunkt. So, das ist natürlich hier wieder alles Theorie. Die Theorie, alles gut und schön. Wir können uns aber als Unternehmung der Theorie bedienen und diese Theorie entsprechend in die Praxis umsetzen. Sie soll uns einfach nur eine Hilfestellung, eine Orientierung geben. So, Ort hätten wir dann hier einmal die Frage, wo soll eigentlich konkurriert werden? Schreiben wir also auf. Wo soll konkurriert werden? Wenn ich jetzt hier Rechtschreibfehler mache, an der einen oder anderen Stelle bitte ich das zu entschuldigen. Konkurriert werden. Und dann können wir hier zwei Alternativen wählen. Und zwar einmal die sogenannte Nische. Nischenmarkt ist dann, ich schreibe es mal hin, wäre hier ein sogenannter Teilmarkt. So, zweite Möglichkeit wäre dann eben der Kernmarkt. So, und da müssen wir uns entsprechend entscheiden. Dann zu den Regeln und zwar nach welchen Regeln soll konkurriert werden? Nach welchen Regeln soll konkurriert werden? Konkurriert werden. So, auch hier wieder zwei Antwortmöglichkeiten. Und zwar passen wir uns entweder im Markt an oder wir wollen den Markt verändern. Also, Anpassung am Markt heißt, wir passen uns an der Konkurrenz entsprechend an. Blicken auf die Konkurrenz. Wir blicken natürlich immer auf die Konkurrenz. Oder wir wollen eben anders sein als die Konkurrenz. Wir wollen den Markt verändern. So, Anpassung oder Veränderung. Punkt. Dann als nächstes müssen wir einen Schwerpunkt setzen. Und zwar hier kommen dann die konkreten Strategien. Wie eine Kostenstrategie oder eine Differenzierungsstrategie. Und das notieren wir einmal kurz. Mit welcher Stoßrichtung soll konkurriert werden? Also, ihr merkt, diese Fragen kann man relativ easy auswendig lernen. Die erklären sich eigentlich schon von selbst konkurriert werden. So, auch hier wieder zwei alternativen Kosten oder Differenzierung im Einführungsmodell der Betriebswirtschaftslehre. Die Playlist ist schon komplett fertig. Könnt ihr abrufen. Da sind roundabout über 70, 80 Videos dort drin. Dort haben wir uns sämtliche Strategien bereits angesehen. Schaut auf alle Fälle hinein. Ich weiß nicht, ob wir diese, wenn ich es nicht schon bereits getan habe, hier nochmal alle in der Unternehmenslehre, beziehungsweise Unternehmensführung nochmal wiederholen werden. Ob das Sinn macht, das alles dreifach, vierfach irgendwie auf diesem Kanal hier zu haben. Differenzierung. Dort sind wir auch auf die Kosten und die Differenzierung entsprechend eingegangen. Ja, und dann entscheide ich mich hier entsprechend zum Beispiel für den Kernmarkt. Ich passe mich an und ich möchte der günstigste Anbieter auf dem Markt sein. Da gibt es auch einige Beispiele. Suchmaschine einfach mal aufschmeißen. Dann findet ihr zum Beispiel zu einer Fluggesellschaft. Kurz Langstreckenflüge anbieten. Wir wollen uns den Markt anpassen. Wir wollen der billigste Anbieter auf dem Markt sein, indem wir billiges Personal oder auf Leiharbeit, Zeitarbeit setzen, prekäre Arbeit setzen und eben nur günstig. Wir wollen halt die günstigsten Konditionen auf dem Markt anbieten, um entsprechend konkurrenzfähig zu sein. So, ja, das Ganze könnte man dann jetzt wie folgt formulieren. Und zwar, wir haben jetzt hier vom Ort gesprochen, von den Regeln, vom Schwerpunkt. Wir haben als erstes dann immer die sogenannte Gesamtunternehmensstrategie. Gesamtunternehmensstrategie. So. Ja, wie soll die lauten? Hier haben wir dann entsprechend den Teilmarkt oder Kernmarkt. Das sind jetzt einfach nur Synonyme für das, was wir oben formuliert haben. So, dann haben wir die Wettbewerbsstrategie. Wettbewerbsstrategie. Und zuletzt schauen wir nochmal auf unsere Kernkompetenz. Da müssen wir natürlich eine Unternehmensanalyse machen und schauen, okay, was ist unsere Kernkompetenz im Unternehmen? Haben wir zum Beispiel viele IT-Fachleute im Unternehmen, spezialisierte Arbeitskräfte im Unternehmen? Haben wir vielleicht Arbeitskräfte im Unternehmen, die günstig sind für uns, die geringe Personalkosten haben? Wo wir denn zum Beispiel auf die Kostenstrategie, die wird sich ja dann anbieten, wenn wir ausschließlich Personal im Unternehmen haben, was eben unter günstigen Konditionen arbeitet. So, und dann skizzieren wir einfach mal zu guter Letzt nochmal so einen Würfel ein. Ich habe den nicht kopiert, weil, ja, kopieren ist immer so eine Sache, mache ich auch ab und an mal, aber da musst du nur vorsichtig sein, weil da kannst du auch Ärger geben und so. Deshalb in den aktuellen Videos kopiere ich so selten wie möglich. So, und zwar, ich werde das jetzt nicht arg dreidimensional hier entwickeln. Ich werde jetzt hier einfach einen Würfel, beziehungsweise, ja, einen dreidimensionalen Würfel hier hinballern. So, die Originalgrafik sieht ein bisschen besser aus, aber ist ja nicht schlimm. So, wir ballern jetzt hier unsere Zahlen rein. Die Zahlen sind die Strategien, die wir erfahren. So, ich muss kurz mal gucken. Zack. 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 Boah, habe ich doch ganz gut hinbekommen. Jetzt tragen wir hier mehrere Strategien ein. Strategie 1, 2, Strategie 3, 4, Strategie 5 haben wir hier oben noch, 5, 6 und Strategie 8 habe ich jetzt hier noch, hier unten rechts. Ich richte mich jetzt mal genau 1 zu 1 nach der Abbildung hier. Ich weiß jetzt nicht, wo wir die 7 jetzt hier eintragen. Ich würde die einfach hier hinballern. Aber dabei belassen wir es denn jetzt auch. Ihr werdet gleich verstehen, worum es hier eigentlich geht. Jetzt müssen wir unsere Achsen hier noch beschriften. Und zwar, wir haben immer hier dann die Regeln. Dann hätten wir hier einmal unseren Schwerpunkt auf der anderen Seite. Schwerpunkt, das sind jetzt quasi die Begriffe, die ich jetzt hier schon formuliert hatte. Unsere Überschriften und dann hier unten den Ort. Eine Nische. Kernmarkt. Dann, was müssen wir noch hier hinballern? Und zwar die Kosten. Dann Differenzierung. Differenzierung. So, und Anpassung. Zuletzt hier die Veränderung. So, konzentriert euch jetzt nicht zu sehr auf diesen Würfel, sondern auf das, was am Außerhalb des Würfels steht. Denn hierfür entscheiden wir uns. Bei den Regeln für eine Anpassung oder Veränderung. Beim Schwerpunkt setzen wir auf Kosten oder Differenzierung. Beim Ort auf Nische oder Kernmarkt. Und dann, wenn ich meine Entscheidung getroffen habe, dann hole ich mir das Paket aus diesem Würfel heraus. Und das könnte zum Beispiel wie folgt aussehen. Und zwar die 1. So, die würde dann wie folgt aussehen. Der Maßstab ist natürlich jetzt nicht, stimmt jetzt natürlich nicht überein mit dem, was ich jetzt da rechts habe. Ihr müsst euch vorstellen, die 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6. Das sind noch eigene Würfel im Würfel drin. Die wollen wir uns jetzt einfach rausholen. Dann hätten wir hier beispielsweise bei der 1 dann die Nische. Das wäre dann das Paket. Wenn wir hier nach oben gehen. Zack. Dann hätten wir als nächstes die Anpassung. Nehmen wir mal. So, das wäre das Paket. Dann die Kosten. So, ich muss das natürlich jetzt so machen, damit das deckungsgleich ist mit dem rechten. Ich kann jetzt nicht einfach sagen Differenzierung, weil dann wird hier keine 1 stehen. Und die 1 ist dann das hier. So, und damit haben wir unseren strategischen Würfel einmal skizziert. Und haben uns für eine Gesamtunternehmensstrategie entschieden, indem wir uns eben diese 3 Grundfragen gestellt haben. Wir haben die beantwortet. Ja, und letzten Endes steht dann eben diese Summe hier aus Nische, Kosten und Anpassung. Ja, und wenn man jetzt so ein bisschen dreidimensionales Denken verlernt hat, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Die Grundfragen sind wichtig. Natürlich, dass ich eine eigene Strategie anhand der Grundfragen entwickeln kann. Dass ich weiß, was überhaupt eine Strategie ist. Und dass ich nochmal hier diese 3 Begriffe hier habe, die ich dann auch nochmal in Verbindung mit diesen 3 Paketen hier oben mit den Grundfragen dann verbinden kann. So, ja, und letzten Endes haben wir jetzt hier einen Plan aufgestellt. Und das ist dann der sogenannte Strategiebegriff. Ja, und diesen legen wir jetzt entweder kurz-, mittel- oder langfristig fest. Das ist so der Unterschied zum Einführungsmodul in der Betriebswirtschaftslehre. Dort habe ich nicht zwischen kurz-, mittel- und langfristig Unterschieden, sondern dort habe ich mich einfach an das gerichtet, was in den Skripten stand, einfach langfristiges Handeln. Aber ich nehme an, man kann auch kurz-, mittelfristige Strategien entwickeln. Macht ja durchaus Sinn zu sagen, okay, im Jahr 2020 wählen wir diese Strategie, für die nächsten 3 Jahre diese Strategie und für die nächsten 10 Jahre diese Strategie. Dass man da noch eine Differenz hat, was die Fristigkeit angeht. Aber das ist jetzt wirklich nur am Rande. Ich wollte die Definition einfach noch ein bisschen hübscher gestalten. So, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich packe euch die Definition zum Strategiebegriff unten nochmal hinein. Die Fragen seht ihr ja hier alles. Und die Skizzierung zum Würfel. Auch wenn ihr noch eine etwas bessere Skizzierung braucht, dann einfach mal die Suchmaschine anschmeißen oder in die Literatur hineinschauen. Das ist wirklich ein grundstrategischer Würfel. Das findet ihr in sämtlichen Werken der Fachliteratur, Unternehmenslehre, Managementlehre, Organisationslehre und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.